Läuft denn hier eigentlich die Aufnahme schon? Oh! Hi, ich bin der Manu von BoundFolk Studios und wir haben in der IT einen Vorteil, den es im echten Leben so nicht gibt und der lautet ganz einfach STRG Z. Ich kann so fast alles, was ich verbockt habe am PC, mit STRG Z einfach wieder rückgängig. Und genauso oft verbocken wir natürlich auch Dinge in Unity mit unseren eigenen Skripten und heute schauen wir uns einmal an, wie wir unsere Skripte ordnungsgemäß in das Unity-Undo-System integrieren können, sodass wir den Mist, den wir fabriziert haben, auch wieder rückgängig machen können. Los geht's wie immer nach dem Intro. Als Basis für dieses Video nutze ich das Waypoint-System, was wir im letzten Video erstellt haben. Prinzipiell könnt ihr natürlich alle Skripte jetzt benutzen, die ein Editor-Skript mit sich bringen, denn nur dort macht das Undo-System auch wirklich Sinn. Wir erinnern uns daran, beim letzten Mal hatten wir hier einen kleinen Waypoint-Manager erstellt, mit dem wir verschiedene Wegpunkte erstellen können. Natürlich kann ich nicht nur Wegpunkte hinzufügen, sondern auch wieder löschen. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich mich einmal verklickt habe und möchte dann das Typische machen, was wir als Softwareentwickler so gewohnt sind. Wir gehen einmal auf Edit und sagen dann Undo. Und jetzt sehen wir schon, irgendwas passt hier nicht so wirklich. Ich kann jetzt Undo machen, nachdem ich irgendwas gelöscht habe, aber irgendwie werden meine Punkte weder gelöscht, noch zurückgeholt, noch irgendwie neu erzeugt. Und jetzt kommen sogar hier noch die alten Wegpunkte, die ich vorher rausgelöscht habe, bevor ich die Videoaufnahme gestartet habe. Aber keine der neuen Wegpunkte wurden irgendwie zurückgesetzt, gelöscht oder neu erzeugt, je nachdem, was wir hier dann gemacht haben und eben dann die Undo-Funktion ausprobieren. Und genau darum soll es jetzt auch gehen, dass wir unserem eigenen Editor-Skript beibringen, sich auch in das Undo-System von Unity zu integrieren. In unserem Waypoint Window Manager, was ja ein Editor-Window war, hatten wir letztes Mal einige verschiedene Funktionen implementiert, beispielsweise eben, um unsere Buttons hier anzuzeigen, um einen Wegpunkt zu löschen, Wegpunkte zu erzeugen. Und hier werden wir jetzt nach und nach das Undo-System integrieren. Dazu fange ich jetzt einmal ganz hier unten an. Wir hatten hier eine Methode, um einen Wegpunkt zu erzeugen. Hier wurde ein neues GameObjekt erstellt, dann der Transform Parent umgeändert und dann eben wird dieser Wegpunkt in unserer Unity-Hierarchie angezeigt. Damit es Unity auch weiß, dass es diese Aktion auch rückgängig machen kann, müssen wir das am Undo-System anmelden. Hierfür gibt es eine eigene Klasse, die nennt sich einmal eben Undo. Und hierauf haben wir jetzt ganz viele Methoden, um Unity mitzuteilen, was es tun kann. Da wir jetzt eben ein neues GameObjekt erstellt haben, gibt es die Methode Register Created Object Undo. Hier geben wir jetzt einmal rein, welches Objekt zurückgängig gemacht werden soll, also quasi wieder gelöscht, denn wir haben es ja gerade frisch erzeugt. Das wäre jetzt unser Waypoint GameObject. Zusätzlich möchte es noch einen Namen haben. Das ist dann der Name, den wir im Menü angezeigt bekommen. Das nenne ich jetzt einfach mal Created New Waypoint. Zurück in Unity können wir jetzt einmal hier auf Create Waypoint gehen und jetzt sehen wir über Edit hier im Menü Undo Created New Waypoint. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann sehen wir, dass unser Wegpunkt auch ordnungsgemäß wieder rausgelöscht wird. Jetzt können wir natürlich auch noch die Gegenprobe machen. Wir erzeugen mal einen Wegpunkt und nutzen dann unseren Button, um den Wegpunkt wieder rauszulöschen. Hier Delete Waypoint 1. Ich klicke hier einmal drauf. Jetzt würde ich ja ganz gerne, wenn ich auf Edit gehe, auf Undo gehe, diesen Wegpunkt wieder haben wollen. Und wir sehen jetzt hier schon, im Ando steht Created New Waypoint. Das passt jetzt natürlich nicht mehr ganz. Hier müsste ja eher so eine Art Delete Waypoint stehen, denn wir haben ja gerade einen gelöscht und den wollen wir gerne wieder rückgängig machen. Ich kann jetzt hier natürlich auf draufklicken und wie man sieht, passiert hier einfach nichts. Dazu gehen wir wieder zurück in unser Skript und schauen mal nach der Methode Delete Waypoint. Die finden wir hier ein kleines bisschen weiter oben. Jetzt sehen wir hier auch schon quasi das Problem, wir nutzen hier natürlich Destroy Immediate, um sofort ein GameObjekt rauszulöschen, aber Unity kann das nicht direkt auch wieder rückgängig machen. Dazu brauchen wir jetzt einmal ein Undo und hier gibt es jetzt auch eine Destroy Methode, nämlich Destroy Object Immediate. Das reicht jetzt quasi auch schon, denn wir sehen jetzt hier schon, Destroy is the object and records an Undo Operation, so that it can be recreated. Das heißt, Unity zerstört jetzt dieses Objekt, merkt sich aber im Speicher, wie dieses Objekt komplett ausgesehen hat, um das Ganze eben dann wieder rückgängig zu machen. In Unity sieht das Ganze jetzt so aus, dass wir jetzt hier nochmal einen Wegpunkt erzeugen. Dann lösche ich ihn jetzt mit Delete Waypoint 1 raus und jetzt sehen wir im Edit Menü auch Undo Destroy Object. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann siehe da, wir haben unseren Wegpunkt wieder zurück. Spannend ist jetzt allerdings folgendes, wir haben jetzt ja hier nur einen Wegpunkt, jetzt erzeuge ich einfach mal noch zwei weitere. Jetzt sehen wir hier natürlich Wegpunkt 1, Wegpunkt 2 und Wegpunkt 3. Wegpunkt 1 ist korrekterweise mit dem nächsten Wegpunkt verknüpft, das ist Wegpunkt 2. Wegpunkt 2 hat natürlich auch einen Nachfolger, das ist Wegpunkt 3. Und Wegpunkt 3 hat einen Vorgänger, das wäre Wegpunkt 2. Wenn wir jetzt allerdings mal den zweiten Wegpunkt auswählen und auf Delete Waypoint klicken und das Ganze natürlich einmal rückgängig machen, sprich unser Undo Destroy Object, dann sieht es jetzt fast richtig aus. Wir sehen jetzt, dass die Benamung hier nicht mehr stimmt. Wegpunkt 1, Wegpunkt 2, nochmal Wegpunkt 2. Wenn wir jetzt allerdings hier auf Wegpunkt 1 gehen und unseren Next Waypoint angucken, dann sehen wir, dass der originale Wegpunkt 2 nicht mehr benutzt wird, sondern er wird quasi übersprungen. Genauso ist unser Wegpunkt 2, den wir hier haben, der hat als Vorgänger natürlich jetzt nicht den mittleren Wegpunkt, sondern den Wegpunkt 1. Das heißt, wir haben jetzt zwar unseren Wegpunkt gelöscht und über Undo wieder korrekt hergestellt, aber die Verknüpfungen zwischen diesen einzelnen Wegpunkten haben sich geändert. Auch hier müssen wir Unity jetzt natürlich unter die Arme greifen, denn es kann natürlich nicht wissen, was bei einem Undo alles passieren soll. Wir bleiben jetzt hier in unserem Delete Waypoint drin und wir sehen, dass hier zwei If-Bedingungen drin sind, die unsere Wegpunkte im Falle eines Löschens eines Wegpunkts korrekt neu verknüpfen. Und genau hier müssen wir Unity auch mitteilen, dass es diese Dinge rückgängig machen kann. Dazu gehen wir jetzt einmal in die Methode in unserer Undo-Klasse und rufen hier eine Methode auf, die sich nennt Record Object. Record Object merkt sich jetzt auf einem Objekt, was alles geändert wurde, nachdem diese Methode aufgerufen wird. Als erstes möchte ich natürlich wissen, um welches Objekt es sich handelt. Das wäre in dem Fall unser Selected Waypoint, Previous Waypoint. Und auch hier brauchen wir wieder einen Namen. Der Faulheit halber nenne ich das Ganze jetzt einfach einmal Change Previous Waypoint. Das Gleiche brauchen wir jetzt hier unten beim Next Waypoint auch nochmal, denn hier handelt es sich ja nicht um den Previous Waypoint, der uns interessiert, sondern um den Next Waypoint. In Unity sieht das Ganze jetzt so aus, dass wir jetzt nochmal drei Wegpunkte erzeugen. Wir gehen jetzt nochmal hin zum zweiten, sagen hier einmal Delete Waypoint 2. Jetzt können wir uns mal unsere Undo-Historie anschauen. Die finden wir unter Edit Undo-History. Hier sehen wir jetzt quasi alles, was wir undoen können. Und jetzt sehen wir schon Destroy Object. Das hatten wir eben drin. Danach kommt allerdings ein Select Waypoint. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo sind denn die anderen zwei Record Object hin, die wir hatten. Unity ist nämlich recht intelligent und gruppiert Undos logisch zusammen. Jeden einzelnen Punkt, den wir hier sehen, ist eine sogenannte Undo-Gruppe. In einer Undo-Gruppe können mehrere Aktionen rückgängig gemacht werden. So macht es jetzt im Standardverhalten bei Unity beispielsweise keinen Sinn, dass wir beide Record Objects, die wir hatten, und das Destroy Object jeweils als einzelnen Punkt hier haben, da es quasi eine geschlossene Operation sein muss. Per Standard legt Unity immer automatisch eine neue Gruppe an, wenn man beispielsweise irgendwas in Unity angeklickt hat. Das passiert für uns erstmal vollautomatisch im Hintergrund. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Ich zeige euch aber später einen Weg, falls man das eben selbst ein bisschen in die Hand nehmen möchte, dass es auch hierfür entsprechende APIs gibt. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir hier auf Edit gehen und eben einmal Destroy Object. Dann sehen wir jetzt, dass wir hier Waypoint 1, Waypoint 2 und wieder Waypoint 2 haben. Das heißt, das mit dem Umbenennen, das ist vollkommen in Ordnung. Das hat sich hier nicht geändert. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal den Waypoint 1 hier anschauen, dann ist er jetzt korrekt wieder mit dem mittleren Waypoint 2 verknüpft, genauso wie der Waypoint 2, der jetzt eigentlich der Waypoint 3 wieder sein müsste, mit dem Previous Waypoint verknüpft ist, was wieder der korrekte Wegpunkt ist. Das Problem mit dem Umbenennen der Wegpunkte, das schauen wir uns als nächstes an, denn das fixt sich quasi automatisch, wenn wir unseren Rename All Waypoints auch korrekt in das Undo-System integrieren. Denn aktuell, wenn ich jetzt hier auf Rename All Waypoints klicke, dann werden sie zwar korrekt umbenannt, in unserer Undo-Historie ist jetzt allerdings, wenn wir hier mal reinschauen, ein Select Waypoint drin und das passt überhaupt nicht, dass wir gerade hier die Umbenennung gemacht haben. Zurück in unserem Code hatten wir hier eine Methode Rename All Waypoints, die ging jetzt einfach durch und hat einfach die Wegpunkte nummeriert umbenannt. Und diese Umbenennung müssen wir natürlich auch in das System von Unity integrieren. Dazu machen wir jetzt einen ganz kurzen Umbau. Ich nehme hier mal kurz das Child raus als eigene Variable und benutze das hier unten. Jetzt könnten wir natürlich hingehen und auch wieder sagen Undo Record Object, in dem Fall unser Child. Und hier mache ich jetzt einfach einmal Rename Waypoint als Titel für unser Undo. Zurück in Unity benennen wir jetzt die Wegpunkte einfach mal um, beispielsweise W, E, F, A, S, D. Und wenn wir jetzt hier auf Rename All Waypoint klicken, wurden sie umbenannt. Und jetzt schauen wir uns einmal unsere Undo-Historie an. Hier haben wir jetzt natürlich folgerichtig Rename Waypoint 1, Rename Waypoint 2 drin. Jetzt machen wir das auch mal rückgängig und, oi, hier passiert nichts. Das ist jetzt auch so ein kleines bisschen der tricky Part bei Record Object. Es geht wirklich immer nur um das Objekt, das man reingibt. Und wie ihr ja wisst, besteht ein GameObjekt oft aus vielen verschiedenen Komponenten, die wiederum ein Unity Object sind. Jedes GameObjekt besteht einmal mindestens aus einem Transform. Das ist auch quasi das, was wir hier bei GetChild zurückbekommen. Und wir bekommen nicht direkt das GameObjekt zurück, sondern das Transform des GameObjekts. Die Transform-Komponente hat eigentlich keinen eigenen Namen, den wir hier ändern. Was intern in Unity passiert, wenn wir Child.name nutzen, ist, dass eigentlich Child.gameObject.name aufgerufen wird, denn nur das GameObjekt hat den Namen, aber nicht das Transform selbst. Das heißt, aktuell weisen wir jetzt das Undo-System an. Bitte bekomme alle Änderungen von unserem Transform mit. Die Änderung wird aber auf dem GameObjekt gemacht und damit wird sie eben nicht vom Undo-System erkannt und kann somit auch nicht rückgängig gemacht werden. Hier ist das Ganze jetzt relativ einfach. Anstatt wir jetzt unser Record Object auf das Child machen, machen wir einmal Child.gameObject. Zurück in Unity benennen wir einmal die Wegpunkte wieder kurz um, damit wir das Ganze testen können. Jetzt klicken wir wieder auf Rename all Waypoints. Und wenn wir jetzt auf unser Edit hier gehen, auf unser Undo-Historie, dann sehen wir jetzt einmal Rename Waypoint. Wenn wir den jetzt einmal rückgängig machen, sprich wir gehen nochmal auf Edit, Rename Waypoint, dann sehen wir jetzt, dass diese Dinge hier korrekt wieder zurück umbenannt wurden. Das löst jetzt quasi auch unser Problem von zuvor. Das heißt, wenn wir jetzt wieder drei Wegpunkte hier erstellen, den mittleren anwählen, einmal rauslöschen und wieder zurück machen, dann sehen wir jetzt auch hier, dass zugängig korrekt ausgeführt wurde. Auch hier sehen wir natürlich spannenderweise nicht in der Historie, dass mehr passiert ist. Jetzt heißt es nur noch Rename Waypoint. Unity nimmt oft so den letzten Titel, den wir quasi eingegeben haben und zeigt den hier an. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was wir wollen, denn wenn wir hier einen Wegpunkt löschen, soll ja hier bitte nicht irgendwie Rename Waypoint stehen, sondern Deleted Waypoint. Und auch das können wir erreichen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Unity automatisch verschiedene Undo-Operationen in einer Gruppe zusammenfasst. Und genau hier möchten wir jetzt Einfluss drauf nehmen. Ich kann jetzt nämlich einfach mal hier hingehen und sage Undo.SetCurrentGroupName und kann jetzt hier eben einen Namen eintippen, wie beispielsweise Delete Waypoint. Ich kann das Ganze natürlich auch ein bisschen dynamischer gestalten, indem wir hier den Namen von unserem Selected Waypoint einmal reingeben. Dann steht natürlich nachher in unserer Undo-Historie Delete Waypoint, Waypoint 1, Delete Waypoint, Waypoint 2 und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt eben wieder drei Wegpunkte hier erzeugen, den mittleren einmal rauslöschen und dann auf unser Edit gehen, dann sehen wir jetzt, dass genau das hier steht. Undo, Delete, Waypoint, Waypoint 2 und in unserer Historie sehen wir das quasi auch genau so. Wir hatten eben drei Wegpunkte erzeugt, dann hatte ich den zweiten markiert, habe den zweiten gelöscht. Das heißt, jetzt kann ich das Ganze wieder rückgängig hier machen und wir haben das Ganze genauso zurück, wie wir es eben einen Schritt davor hatten. Jetzt haben wir allerdings immer noch einige Probleme mit unserem Waypoint Manager hier. Wenn wir beispielsweise mal den Wegpunkt 2 hier anklicken und dann sage ich Create Waypoint after Waypoint 2, dann haben wir jetzt natürlich folgerichtig hier Wegpunkt 1, 2, 3, 4. Die sind natürlich auch richtig miteinander verknüpft. Das können wir uns ja hier ganz kurz anschauen. Wenn ich jetzt allerdings in unser Undo gehe und ich lösche den erstellten Wegpunkt raus, das ist dieses Created New Waypoint, dann werden wir jetzt folgendes beobachten. Ich lösche jetzt hier einmal raus, das heißt, unser Wegpunkt, den ich mit Create Waypoint after erzeugt habe, hat den jetzt wieder zurückgelöscht, aber jetzt sehen wir plötzlich, dass in den anderen Objekten hier ein Missing Waypoint eingetragen ist. Auch hier beim Dreier fehlt jetzt quasi der Vorgänger. Das war nämlich genau der, den wir über die Undo-Funktion wieder gelöscht haben. Auch hier passiert das Gleiche wie beim Delete Waypoint 3, also unserem Button, den wir haben. Unity zerstört natürlich das Objekt, was wir mit Undo, Destroy Object Immediate, gelöscht haben. Allerdings weiß es natürlich nicht, dass es jetzt auch diese Verknüpfung, die sich durch den Button-Klick hier ergeben haben, auch wieder zurückändern soll. Das machen wir natürlich in unserer Methode Create Waypoint after. Ich werde jetzt auch nur mal diese hier ändern und die Create Waypoint before, die lasse ich einfach mal so, sodass wir nachher einen Unterschied sehen können. Wir hatten ja zuvor hier ein Stück weiter oben Undo-Record-Object kennengelernt, was genau auf diesem Objekt alle Änderungen erkennt, um sie wieder rückgängig machen zu können. Jetzt seht ihr hier unten schon, hier passiert ein kleines bisschen mehr und jedes einzelne Objekt, das hier herausfinden, kann durchaus manchmal ein kleines bisschen zeitaufwendig sein. Glücklicherweise gibt es aber eine alternative API und das wäre jetzt ein Undo-Register-Complete-Object-Undo. Was Unity hier macht, ist, es speichert das komplette Objekt im Speicher, um es wieder rückgängig machen zu können. Das kann natürlich bei größeren Objekten einiges mehr an Speicher brauchen, daher ein kleines bisschen Vorsicht, wenn ihr diese Methode einsetzt. Auch hier brauchen wir natürlich wieder das Objekt, was rückgängig gemacht werden soll und wieder ein Name, das wäre den Change-Waypoint. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen aufpassen, denn diese Methode ändert nicht nur den aktuellen Wegpunkt, sondern auch den nachfolgenden, was wir hier unten ganz gut sehen, denn wir müssen ja die Verknüpfung erneut durchführen. Das heißt, wir müssen nicht nur eben ein Objekt hier anmelden, sondern wir brauchen zwei. Das heißt, ich dupliziere eben die Zeile. Und was uns jetzt hier interessiert, ist der Selected-Waypoint.next-Waypoint, denn das sehen wir hier, der wird ja einmal auf den nächsten Wegpunkt quasi umgeschrieben und dann setzen wir schlussendlich vom nächsten Wegpunkt den Vorgänger auf den aktuellen Wegpunkt. Das Ganze war beim letzten Mal schon ein kleines bisschen verwirrend. Schaut euch daher gerne das letzte Video an, da erkläre ich das Ganze hier deutlich genauer. Wenn wir jetzt hier zurück sind, gehen wir einmal auf die Wegpunkte. Ich erzeuge nochmal drei Stück, gehe wieder zum zweiten und sage jetzt Create-Waypoint-After-Waypoint-2. Jetzt wurde hier ein neuer Wegpunkt erzeugt und das Ganze machen wir jetzt einmal wieder rückgängig. Und wenn wir uns jetzt unsere Objekte wieder anschauen, dann sehen wir, dass Wegpunkt 2 natürlich korrekt mit Wegpunkt 3 verknüpft ist und Wegpunkt 3 wieder korrekt mit Wegpunkt 2 verknüpft ist. Die Gegenprobe können wir jetzt natürlich noch einmal mit Create-Waypoint-Before machen, denn die Änderung der Implementierung hatte ich ja nur in After gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Create-Waypoint-Before-Waypoint-2 gehe, dann ist das hier mein neuer Wegpunkt. Das machen wir jetzt einmal rückgängig. Undo Created New Waypoint. Man sieht auch schon, es heißt wieder anders. Und siehe da, wir haben jetzt hier Previous-Waypoint. Der ist natürlich Missing und vom ersten Wegpunkt ist der Nachfolger auch wieder Missing, da eben Create-Waypoint-Before nicht richtig in das Undo-System integriert ist. Auch in Create-Waypoint-After können wir uns natürlich hingehen und einmal sagen Undo Set-Current-Group-Name und das wäre jetzt ein Undo von Create-Waypoint-After und in dem Fall auch wieder Selected-Waypoint.name. Was jetzt auch noch die ganze Zeit stillschweigend passiert, dass die meisten unserer Methoden ein Orient-Waypoint aufrufen, was eben dazu führt, dass von unserem Transform die Position und Rotation geändert wird, je nachdem welchen Wegpunkt wir als Referenz hier reingeben. Auch das müssen wir folgerichtig in unser Undo-System integrieren. Ich mache nämlich einmal Undo.Record-Object. In dem Fall ist das unser Waypoint-Transform und das ist Change-Orientation-And-Position-Of und in dem Fall wäre das Waypoint-Punkt-Name. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, wenn wir uns beispielsweise nochmal die Methode Create-After angucken, dass Unity automatisch Undo-Gruppen generiert, um dann im Falle eines Undos mehrere Aktionen automatisch rückgängig zu machen. In den meisten Fällen ist das sehr sinnvoll, manchmal möchte man aber auch selbst darauf eingreifen. Was ich jetzt ändern möchte, ist folgendes. Wenn ich Create-Waypoint-After aufrufe, sollen drei Undo-Gruppen erzeugt werden, nämlich einmal die Create-Waypoint-After, dass wir das als eigene Gruppe haben. Dann würde ich ganz gerne, dass die Orientierung des Wegpunktes als eigene Gruppe aufgeführt wird und das Umbenennen der Wegpunkte kann auch als eigene Gruppe auftauchen. Das geht jetzt super einfach. Wir gehen jetzt mal in dieses Orient-Waypoint und bevor wir jetzt eine Undo-Operation hier registrieren, gehen wir einmal hin und sagen Undo-Increment-Current-Group. Unity führt intern einfach einen Zähler mit, um eben diese Undo-Gruppe zu bestimmen. Das passiert quasi automatisch mit jedem Mausklick, den wir in der UI ausführen und wenn wir das Ganze selbst machen, erzeugen wir eben eigene Undo-Gruppen. Das Gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit dem Umbenennen. Hier gehe ich jetzt rein und sage natürlich nochmal Undo-Punkt-Increment-Current-Group. Dann wollen wir auch nochmal den Namen setzen, Set-Current-Group-Name. Ich nenne das hier Rename-All-Waypoints. Wenn wir jetzt hier wieder in Unity sind, erzeugen wir gerade nochmal ein paar Wegpunkte. Gehe hier einfach wieder zum Zweiten und sage jetzt hier einmal Create-Waypoint-After. Dann klicke ich jetzt hier drauf und jetzt sehen wir in der Undo-Historie mehrere Dinge, hier nämlich Rename-All-Waypoints, Change-Orientation and Position und dann haben wir noch einmal Create-Waypoint-After-Waypoint-2. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich hier nur dieses Rename-All-Waypoints rückgängig mache, klicke ich den Vorgänger an. Jetzt sehen wir hier noch die alte Benahmung, Change-Orientation and Position. Da sehen wir jetzt leider nicht viel, weil die alle im Nullpunkt erzeugt wurden. Und ich kann natürlich auch wieder die Erzeugung des Punktes rückgängig machen. Was jetzt noch spannender ist, ist folgendes. Wir haben jetzt ja in jeder einzelnen Methode diese Increment-Current-Group reingeschrieben. Das heißt, jede Methode für sich ist vollständig und komplett. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn wir so einen Aufruf haben, recreate-Waypoint-After, dass das für uns eigentlich gar keinen Sinn macht, dass das einzelne Operationen sind, die wir rückgängig machen. Denn wenn wir einen Wegpunkt erzeugt haben, dann soll es unsere Undo-Operation quasi auch die einfach sein, wenn ich sie rückgängig mache, dass der Wegpunkt auch wieder komplett gelöscht wird und alles, was hier innen drin passiert ist, sowieso rückgängig gemacht wird. Prinzipiell ist es ja nämlich so, dass eben Orient-Waypoint und Rename-All-Waypoints für sich eigene Undo-Gruppen erstellen, um diese Aktion eben als einzelne Aktion rückgängig zu machen. Damit wir das jetzt wieder als Create-Waypoint-After als eigene Gruppe zusammenfassen können, können wir jetzt folgendes machen. Nachdem wir den Gruppennamen geändert haben, machen wir einmal ein var-group ist gleich undo.get-current-group. Jetzt erhalten wir den numerischen Index von unserer Undo-Gruppe und ganz am Ende gehen wir noch einmal hin und sagen undo-collapse-undo-operations und geben jetzt unsere Gruppen-ID hier mit rein. Was dadurch passiert ist, dass alle Operationen zwischen diesen zwei Blöcken automatisch wieder in eine eigene Gruppe zusammengefasst werden und die Untergruppen, sage ich mal, die jetzt eben durch Orient-Waypoint und Rename-All-Waypoints erzeugt wurden, die werden quasi gelöscht und mit in unsere eigene Gruppe integriert. In Unity sieht das Ganze jetzt so aus, dass wir hier wieder Waypoints erzeugen. Ich mache dann wieder ein Create-Waypoint-After-Waypoint und wenn wir jetzt nochmal unsere Undo-Historie gucken, dann sehen wir, dass wir jetzt hier noch einen Eintrag haben, der heißt Rename-All-Waypoint. Das passt nicht ganz so gut, aber wenn wir den jetzt einmal rückgängig machen, dann wird eben wieder alles auf einmal gelöscht. Um das Problem mit dem Namen jetzt noch zu beheben, verschieben wir dieses Undo-Set-Current-Groupname ein kleines bisschen weiter nach unten, nämlich unmittelbar, bevor wir die Gruppe zusammenfassen. In Unity sieht das Ganze jetzt eben so aus, wenn ich jetzt hier auf Create-Waypoint-After-Waypoint-2 klicke, dann haben wir jetzt natürlich hier folgerichtig in unserer Undo-Historie eben auch nur noch dieses Create-Waypoint-After-Waypoint-2 drin und damit können wir alles wieder rückgängig machen. Das Schöne ist, wir sehen jetzt ja nach wie vor, dass das bei Create-Waypoint-Before so überhaupt nicht klappt. Hier haben wir jetzt zwar in der Historie Rename-All-Waypoints drin und Change-Orientation-Create-New-Waypoint. Das heißt, all diese Einzelmethoden, die haben wir drin, nicht in der Gruppe zusammengefasst, aber wir können es natürlich jetzt zwar rückgängig machen, haben aber durch das fehlende Implementieren von den Record-Objects beziehungsweise von dem Register-Complete-Object-Undo natürlich auch das Problem eben noch mit diesen Missing-Waypoints. Jetzt haben wir uns einmal angeschaut, wie wir unsere eigenen Editor-Skripte ordnungsgemäß mit dem Unity-Undo-System verbinden können. Wir haben uns dabei die wichtigsten Methoden angeschaut und wie das Ganze mit den Gruppen im Ando-System funktioniert. Das Ando-System ist natürlich noch eine Runde mächtiger. In der Doku findet ihr weitere Informationen, wenn ihr beispielsweise mit kompletten Objekt-Hierarchien arbeitet und diese auch ordnungsgemäß in das Ando-System integrieren wollt. Es dauert natürlich eine kleine Zeit, bis das alles eben ordnungsgemäß integriert ist. Manchmal muss man sich so ein kleines bisschen herantasten, wie wir es auch hier in den Videos gemacht haben, aber wenn ihr das einmal ordentlich gemacht habt in euren Editor-Skripten, ihr werdet es euch selbst danken, wenn ihr all eure Aktionen ganz gemütlich mit einem Steuerpunkt Z wieder komplett rückgängig machen könnt. Was ihr natürlich nicht rückgängig machen sollt, ist das Drücken unserer Subscribe-Buttons. Das heißt, falls ihr noch keine Abonnenten auf unserem Kanal seid, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Abo-Button drückt. Nächste Woche seht ihr dann wieder den Chris mit Blender und wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.